Ja hallo zusammen. Heute möchte ich euch wieder ein Moped vorstellen. Eine wassergekühlte RX9 von 1984. Die gehört auch meinem Kumpel Andy aus Witten. Die hat 9,5 PS und wir schauen mal auf den Tacho. 40.353 Kilometer gelaufen. Soweit ziemlich original. Außer Stoßdämpfer hinten. Die originalen Paolis wurden auch ausgetauscht gegen Zubehördämpfer der besseren Fahrbarkeit wegen. So ansonsten ist da nicht viel dran gemacht. Ich werde jetzt mal einen Startversuch unternehmen. Auch hier ein Tritt und die gute Herkules läuft, so wie sich das gehört. Dreht sauber hoch. Ja schöne originale Herkules 80er. Da kann man Spaß mit haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Gut.